Hallo ihr Süßen und willkommen zurück zu Infamous Second Son. Wir sind Mr. Neon. Ja, wir können ganz blitzschnell durch die Gegend rasen. Finde ich ja eigentlich klasse, aber irgendwie mache ich mir Sorgen um meine Altenfähigkeiten, weil die fand ich relativ nice. Aber ich habe so die Befürchtung, die werde ich nicht wiederbekommen. Naja, egal. Jo, ich wollte jetzt mal gucken. Wir haben ja jetzt so einen neuen Ast hier, ne? Ich muss das irgendwie größer machen. Neonstrahl. Den kann ich aufpimpen. Mit R2 starten sie einen Rauchangriff mit großer Reichweite. Einen Neonangriff meinen die wohl. Das haben sie ein bisschen... Es ist im Prinzip, glaube ich, genau dasselbe, ne? Schnelles Entziehen. Neonentziehen? Hä? Neon wird doppelt so schnell aus Quellen entzogen. Halten Sie das Touchpad, das hast du gedrückt, um Neonschild in Neon oder anderen Neonquellen ihre Kraft zu entziehen. Habe ich das vorher nicht, oder was? Nehme ich das da noch? Nein, ist gut. Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit aktiviert! Leseeinblick. Stase Blase. Stase Blase! Die Stase Blase! Okay. Dann komm ich aber nicht hoch. So, dann gehen wir mal da hin, wo man mich hinhaben will. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte zu verfolgen. Oh, ich kann nicht mehr fliegen. Was haben wir denn da? Gefahr. Sie betreten in ein Sperrbezirk. Mit einer neuen... Mit einem Laserschwert? Also, warum nicht? Ich hab's hier noch nicht so mit meinen Fähigkeiten. Ihr müsst zart mit mir sein. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen, wir sehen, wir sehen. Ja, ich weiß. Ja, er hat ein Laserschwert. Oder sowas in der Art. Oh Gott, daneben geschossen. Ist etwas schnell. Meine Reaktionszeiten sind auch nicht mehr die besten. Jetzt holen wir mal kurz Luft und dann geht's weiter. Guten Tag. Erstmal die auf der Seite. Ey, ihr... Habt sie doch nicht mal alle. Was zum Henke? Erwischt mich denn da ständig? Ui. Keine Kontrolle über diese Kräfte. Oh, pium, 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 pium. Wir tragen das mal nicht, ne? Obwohl, der ist noch nicht so stark, ne? Fui. Geil. Das, äh... Hör doch mal auf, mich ständig zu treffen. Und warum haut ihr ab, wenn ich... Geht nicht. So, da ist noch einer. Noch mehr zur Tante. Ich würde das ja gerne friedlich lösen, aber... Heutzutage scheint das nicht mal der Fall zu sein. Ich seh doch da... Ist der über mir, oder wat? Man, ich kann das jetzt... Die Dinge nicht zerstören. Das find ich doof. Da ist noch einer. Guten Tag. Oh, der ergibt sich so. Kann man denn noch hier? Wer schießt? Wer... Was zum Henke ist da über mir? Einen Moment. Ich kümmere mich drum. Ist da irgendwas, was hier heftig auf mich geschossen hat? Du sagst, wir uns starten. Ich habe ihn gesichtet. Da unten. Wo zum Henke her? Geht's hier noch höher hoch? Da. Wo ist denn der? Ach, da. Guten Tag. Guten Tag. Fuck. Aber hammerdunkel hier. Was ist das? Ach, das Auto hat Neonlichter. Jetzt rauchen sie nicht mehr, die Autos, sondern... Jetzt haben sie alle Neonlichter. Ich geh mir mal einen höher hier. Da ist doch der Chef hier. Du bist aber böse. Das war gleich deine Freunde mitgebracht, oder? Muss ich vorsichtig sein, wie gesagt, weil ich bin ja... voll unstark. Ach, hier. Ich fühle mich ja gleich sicherer, dass hier alles auf dem Dach rumkreucht. Ja. Fessel mich ruhig. Jo. Ich brauche Neonlicht. Scheiße! Oh, Gott. Neonlichter. Hier. Uhu. Hehehe. Ach, hier ist so eine Station. Nice. Guten Tag. Konnte ich hier irgendwo was abzapfen? Ich konnte hier irgendwo was abzapfen. Gib mir dein Neonlicht, du dein... Du, der kommt da jetzt wieder hoch? Ich bin nicht mehr so... ...wendig wie vorher. Wo sind die Saftratten hier? Wo sind die Saftratten hier? Guten Tag. Oh, hier ist unser... ...spezieller Freund. Mit der Mini-Jan. Also, da haben wir jetzt zwei harte Brocken da oben. Das ist nicht so einfach. Weil man noch nicht so... ...gepimpt ist. Du bist böse! Alter, wo bin ich denn hingesprungen? Ich wollte eigentlich runterlaufen. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht von dir getötet werden. So. Wo ist denn der Dicke? So, das ist der andere. Wo ist denn der Dicke? Na, nein, 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 nein. Oh, ich habe das eben gerade gesagt. Meine Rauchkraft ist weg. Das finde ich doof. Ich brauche unbedingt Neonlichter. Das ist ja doof. Das ist echt doof. Was ist das hier? Kann man das kaputt machen und dann kriege ich Munition hier? Warte mal auf hier. Wieso kann ich hier eine Kratz ziehen? Ey, Neonlichter sind ja nicht überall. Das ist ja bescheuert. Rauch kannst du immer erzeugen. Jetzt habe ich da oben so einen Sack, den ich nicht totkriege, weil ich immer kein Neonlicht habe. Da ist doch Neon. Neon, Neon. Gott. Toll. Jetzt bin ich immer am Hoch- und Runterrennen, oder wat? Das stresst mich. Das stresst mich. Also mit der Fähigkeit, ich weiß nicht. Da kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden. Oh, 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 er ist tot. Was ist denn davon? Wo ist dieser Spacken und der andere? Keine Ahnung. Ich muss das ganz zart machen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Neonstrangen. Ja, das weiß ich jetzt schon. Was zum... Oh, hallo, guten Tag. Wo kommt die denn hier? So. Nice. Also ich hab... Wie soll ich sagen? Also ich kann mich noch nicht ganz so anfreunden mit dieser Fähigkeit. Georgetown, nee, Mission jetzt verfügbar. Auf Karte angezeigt, der Explosionsscherben und Georgetown Respawnpunkt freigeschaltet. So mag die Susi das. Aber es ist recht gut, dass wir das hier gemacht haben. So kriegen wir schön Scherben. Können uns leicht hochpumpen. Wie blick, 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 blick. Ach, da oben. Ja, so sie muss erst die Leiter hoch. Gott. Gucken wir mal. Was hat ich gesagt? Ah, jo. Photonensprung. Was zum Hinkeln ist das? Drücken sie X während eines Lichtgeschwindigkeit loss. Also mit Kreis. Um hoch in die Luft zu springen. Ah, das ist müde. Ich brauche mehr Power. Schnelles Entziehen. Nicht Nionsstrahl. Das nehme. Verbraucht weniger Energie. Ah, ja. Kapazität. Hoch, 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 hoch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ewig. So. Gut. Ach so, Leute. Falls ihr hier irgendwelche komischen Geräusche hört. Hier Bohrer und was ich. Wir haben hier gerade... Ja, wir sind hier gerade am Bauen. Am Werkeln. Was zum... So dunkel. Wird das hier auch mal heller? Da ist doch noch so eine... Habe ich die übersehen? Schandele mich. Habe ich hoch? Zeig, dass du... Was drauf hast. Oder auch nicht. Hey, kommt doch die Wand hoch, oder nicht? Ach Gott, wie nicht doof. Hä? Hatte ich die nicht eben gerade abgesaugt gehabt? Ah, war komisch. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen die Kameras noch weg. Wo ist es denn? Da ist eine. Da ist eine. Jetzt hier fliegt doch noch was rum. Komm zu Mama! Ist hier irgendwas, was ich noch... ...hart zerstören kann? Oh Gott, Alter. Hier ein Wimmels voller Kameras. Wo bist du? Was zum Henker? Na, dich meinte ich nicht, wie du bist. Bist du tot? Nein. Lapp di. Schön. Oh! Scherbe! Nein! Die ist doch unnetzt. Willst du mich verscheißen? Scherbe? 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 Hose. Hose. Meine Fresse. Manchmal stelle ich mich aber auch an. So. So. Gut. Ich kann schon wieder ein Upgrade machen. Das machen wir auch gleich. Weil ich komme hier irgendwie ein bisschen... Ich bin so schwach. Schnelles Entziehen ist auch immer gut. So. Guti, 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 guti. Den gehen wir mal zur Hauptmission. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Hier ist auch noch eine Scherbe. Komm jetzt an Mama. Kann ich nie mehr eine Rauchfähigkeit mal einsetzen? Das ist doch bescheuert. Drohne! Drohne! Hose. Hose. Jetzt liegt die da hinten lang. Warte, die kommen bestimmt nicht wieder hoch. Jetzt nehmen wir uns erstmal die. Ich will hier. Ja. Dann machen wir mal auf. Ey, sag mal, was für einen Flugkreis hat die da hinten? Da ist sie doch. Ah, gut. Ich komme! Will ich auch so einen Sturzverpacken? Ja, kann ich. Super. Das geht noch. So, schon wieder ein Upgrade. Hehehehehe. Photonensprung. Ähm... Gut. Okay. Aha. Er springt dann. Schnelle! Oh, jetzt haben die mich bestimmt gesehen. Ich bin kein Conduit! Nein! Wer was braucht? Nein, nein, nein. Warum schießt die denn auf mich? Macht ja nichts. Lasst mich in Ruhe. So. Guten Tag. Ich lauf hier nur so durch die Gegend. Soll ich hier hoch oder was? Soll ich hier hoch oder was? Guten Tag! Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit Peilsender. Ja, gleich wirst du staunen. Okay. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist immer eine gute Idee. Mach aber allein die. Neue Kräfte sind immer gut. Was ist denn das? Auf jeden Fall irgendwas mit schießen. Yeah! Hehehehe. 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 Zoomen Sie heran L2 und schießen Sie L2 auf blaue Ziele, um gutes Kammer zu halten. Und auf rote Ziele, um böses Kammer zu halten. Soll ich hier auf die Füße immer schießen, oder was? Geh angeschehen! Jetzt ist doch bescheuert. Okay. Ich folge mal der Neon-Markierung. Nach da. Oh. Oh. Sie muss die Furie in sich füttern? Ein bisschen Angst vor der. Naja, irgendwann ist die Stadt denn drogenfrei, oder? So. Wui! Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschaum. Du hast es verdient. Hey, Smocki, willst du mitmischen? Oh, sorry. Das ist der Dunkel hier. Hm. Krieg ich den jetzt? Was zum Henker? Was zum Henker? Drücken Sie L1, um gegen ihn einer Staseblase zu fangen, damit Fetchy besiegen kann. Also so wie... Ich bin meine Rauffähigkeiten wieder. Ich bin total verwöhnt. Hey, Fetch! Du kommst klar. Suche noch eins von diesen Dingern. Da! Den kannst du hier nehmen! Jetzt sind wir langsam hier. Machen wir das so. Fangen Sie mit dem Leuchten in irgendwas. Was zum Henker? Da leuchtet was. Das muss ich erst hören. Kann ich Staseblasen erzeugen? Ach, da sehe ich schon. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heil, stimmt's? Weißt du... Vielleicht sollten wir die Sache mit den Dealern ein bisschen ruhig anziehen. Da muss ich lang. Guckst du jetzt etwa Mitleid, die? Guckst du jetzt etwa Mitleid, die? Guckst du die nächste Markierung? Wir haben, kürft sie nicht. Deswegen müssen wir die Guten sein. Nächste Markierung? Denk mal drüber nach. Naja, schon okay. Besorgt dir einfach ein paar neue Kräfte. Ach, da hinten. Okay. Da. Und da. Und da unten. Mein Gott, ist die fix, ey. Da. Da. Wo muss ich hin, Mami? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? In das Gebiet rein, oder was? Aber ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Oh, die Mami da. Ich weiß, dass da eine Markierung ist. Und wo ist die nächste Markierung? Die Füße zielen, ey. Man gönnt sich ja sonst nix. Ah, es ist wie so rotes. Ah, es ist wie so rotes. Kitzelt nicht mal. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es doch nicht. Mami. Mami. Da hinten ist die Markierung. Zeig mir den Weg und ich folge dir. Nächste Mal irgendwie Markierung setzen, Alter. Wie war das mit Drohne? Oh, das stresst mich. Da hinten. Jetzt hier hin. Und dann eine Minute und raus bist du. Wo soll ich denn hin schon wieder? Ich geh mal da. Das leuchtet da hinten. Ha! Da ist er doch. Yeah! Das war ein bisschen blöd jetzt. Oh, das sieht nach einem großen, großen Strahl aus. Halten Sie R1 gedrückt, um einen Phosphorstrahl abzufüllen. Oh ja, das ist schon mal nice. Das ist doch gut. Das ist gut. Die Fähigkeit gefällt mir. Oh ja. Was? Jetzt noch was sammeln? Alter, wie viel kriege ich denn? Ist aber ganz schön heftig hier, was ich an Fähigkeiten zu kriege, ne? Habe ich jetzt nicht gedockt. So, wo lang? Irgendwie oben was drauf? Ne, ich dachte. Dann geht's hier lang. Da. Da hinten. Wuhu! Da. Geht noch. Das sieht man doch wunderschön. Hat sie sich ausgetobt. Da fängst du die Dealer jetzt doch lebens. Kann es vielleicht sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Ja. So gleich die ganze Dealer-Bahn, ne? Ihr seid der Grund für alles, was in der Welt passiert. Okay, denn wie lang? Nur für den offensichtlichen Sinn ist, mehr nicht. Doch. Machen wir gleich mal eine Befreiungsaktion. Wartet. Hallo. Zerstöre ich das Teil so? Wie das nicht? Braucht Neonlicht. Bitte legen Sie Ihren Fingern auf ihn gerne. Hab ich da jetzt raufgedrückt? Das wollen die nicht! Kann ich das abbrechen? Ne, kann ich nicht. Will ich immer noch Conduit? Ups. Ja, immer noch Conduit. Oh, jetzt klingelt hier das Telefon. Ich geh jetzt nicht ran. Könnt ihr vergessen, ey. Einen Moment, ich muss nochmal ans Telefon. Und wieder zurück. Oh, jetzt nicht. Könnt ihr vergessen. Oh, ich krieg das nicht kaputt und hier sind nirgendwo was... Oh, warte mal. Ich brauche Neonlicht. Oh. Ich will das kaputt machen. Denn hier ist ne Schere. So. Hey, Tossi. Wo hat sie denn hier was markiert? Ach, da oben. Ich komme. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da hinten. Und dann? Da hin. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Wir können auch zusammen gehen, ey. Ich muss doch keine Spuren setzen. Oh, ich muss sie hin. Oh Gott. Das ist doch bescheuert. Da oben. Ich seh's. Ich komme. Ist es noch da hoch oder was? Ich lobe schon. So machen wir das mal. Ja, hier hoch. Dann hier hoch. Dann hier hin. Und dann? Dann hier wieder runter. Alter. Kannst du nicht den direkten Weg nehmen, Mädel? Da hinten. Was ist das? Das ist doch eine Drohne. Die muss doch mit. Super. Oh. Da haben wir so leichte... So. So. Tag. Also, er ist auch. Ah, ja. Aber hier. Wieso kriege ich denn jetzt hier noch? Oh, das sieht aber böse aus. Drücken sie nach unten, um einen Strahlenschwung zu entfasseln. Das ist, ähm... Heftig. Okay, er ist noch nicht fertig. Er tobt sich aus. Das ist... Brutal. Brutal. Ach, ja? Ich finde diese schmierigen Ziele zu jahren sind doch nur, Tina. Aber wenn wir weiter oben in der Nahrungskette ansetzen, bei den Lieferanten, dann ändert sich was. Ja, wenn du das nächste Mal die Nahrungskette erklimmen gehst, komm ich gern mit. Glaub, ich hab noch nie etwas verändert. Klar, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Ich ruf dich an, wenn sich was ergibt. Oh, das echt war ein richtig heftiger Angriff, ey. Mission abgeschlossen. Es werde Licht. Vier Upgrades verfügbar. Die werden wir auch mitnehmen. Jetzt gucken wir mal kurz. Stars Blase. Stars Blase. Ja, aber das ist toll. Ähm. Ja, aber die werden da gefangen und dann... Pfff. Laserfokus. Verlangsam kurz die Zeit beim Zoomen. Ah, die Blase finde ich nicht so proper. Hier, der Photon-Stahl. Wo ist denn jetzt? Das ist irgendwo noch. Sechs. Ah, kostet nur eine Schere, wenn geht das noch. So, okay. Ja, Leute. Da haben wir ja so einige Fähigkeiten erlernt. Und ich sehe da gerade noch eine Scherbe. Die nehme ich noch schnell mit. Und dann, ähm... Mache ich auch Schluss. Das ist gar keine Scherbe. Das ist hier ein Gefangenenkäfig. Ich dumme Kuh. Ich dumme Juku. Was ist das denn da mit Blau und Rot? Achso, dann kann ich mich entscheiden. Gehe ich da hin, dann kriege ich blaues Kammer und dann... Gutes Kammer und schlechtes Kammer. Dann gehen wir lieber zum Blauen. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.